Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kettle and Crops. Wir sind wieder da in unserem Lieblingslandwirtschaftlichen Simulatorspiel und ich habe das Weizenfeld fertig angesät. So, hier haben wir eine Entladestation für das Saatgut, was wir zu viel haben. Deswegen würde ich sagen, wir machen das mal. Entladen. So. Und wie ich die Jungs und Mädels kenne, werden die natürlich dann irgendwann auch hier dann, dass sich das da irgendwie stapelt oder so, dass da so Säcke erscheinen oder so. Das wird sicherlich alles kommen. Es gibt eine sehr große umfangreiche Roadmap noch. Unter anderem wird alles vertont mit Sprachausgabe. Bin sehr gespannt auf Quests und Kampagnen. Einfach das, was in diesem Spiel halt neu ist. Und ja, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. So. Was machen wir als nächstes? Ich würde gerne eines der Felder nehmen, das hier in der Nähe ist und da Gras ansehen, damit wir auch so ein bisschen mit den Tieren schon mal rumexperimentieren können, aber mit Silage oder alles Mögliche. Aber natürlich erstmal ein kleines Feld. Wir haben auch die kleinen Maschinen. Deswegen würde ich fast sagen, dass wir hier Feld Nummer sechs mal kaufen und dort entsprechend Gras ansehen. Ja man, ich sehe auch immer... Nein, du wirst stattdessen, wenn du möchtest, über meinen Link vielleicht das Spiel dir holen wollen. Garda.link.cnc würde mich sehr freuen. Damit unterstützt du mein Angebot und die Entwickler. Und ja, wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du auch sofort loslegen. Muss also nicht bis zum 15. warten, wo der Release ist. So, so, dat nehm ich aus. Ja, ja, dat. Gut. So, dann ist der ja soweit. Dann würde ich den auch mal hier... Warum muss das eigentlich so langsam gehen? Ist das vielleicht, damit man das bei späteren Maschinen schneller hat oder... Keine Ahnung. Ich meine, es ist ja auch immer wichtig, so Gamedesign-technisch, dass man so ein Fortschrittssystem in so einem Spiel hat. Und das wäre ja hier zum Beispiel dann eine Möglichkeit dafür. So, wir parken mal kurz. Ach nee, wir müssen ja dranlassen, ne? Ähm, so, Grassaat holen. Natürlich hier wieder beim... beim Landi... Nein. Warum? Hier geht das, ne? Manchmal, äh, man muss sich dran gewöhnen. Es ist halt nicht, äh, nur nach 15. So, ähm... Dahin, bitte. So, dann fährt er dann erstmal rauf. Sehr schön. Boah, die Maschinen sind aber auch dreckig. Und dann könnten wir theoretisch... Ah nee, wir können ja mal gucken, müssen wir überhaupt... Aber ich glaube, wir müssen gar nicht, ne? Nee, wir müssen nicht. Schon gegrubbert. Können wir direkt dann da rein sehen. Sind denn alle Felder schon gegrubbert? Ja. Okay, okay, okay. Ja, und dann ist es auch wirklich so, dass man sich dann auch freut, ne? Wenn man die großen Maschinen bekommt. Ähm, ich wollte mal kurz gucken, waren denn hier diese Hallen alle gleich? Da läuft die Körnertrocknung. Ich denke mal, die Schalter werden wir auch immer noch betätigen. Ähm. Oh, diese Katze, ne? Die macht immer auch einen Terror, immer. Ähm, genau. So. Jetzt stell dir mal vor, wir wären schon ein bisschen weiter und hätten schon 35 Milliarden Fahrzeuge auf dem Hof. Da würde hier ein... Ein, äh, System laufen. Das, äh... Kannst du dir ja vorstellen. Ja, wenn wir Sachen mit Tieren machen wollen, brauchen wir natürlich noch ein bisschen, äh, Maschinen und Fuhrpark. Würde ich mir jetzt mal gerne mit euch angucken, was es da noch so gibt. Ähm. Anderburger, okay. Machen wir erstmal die Standardsachen, beziehungsweise... Nein, wir können eigentlich alle nehmen. Äh, wir dürfen nur einige Sachen nicht anklicken, das weiß ich schon. Äh. Wir, genau, wir brauchen, also Mähdrescher haben wir für die, jetzt für die Feldarbeit, für die normale Feldarbeit. Wir bräuchten eigentlich noch eine, wir müssen mal gucken wegen dem Dünger, wie das läuft. Wir haben noch keine, wir haben noch keine Tiere, die uns den Dünger herstellen. Um das mal so verklausuliert, äh, vorzutragen. Wir können dann einfach mal hier auch so eine Mod-Presse nehmen. Ähm. Wenn wir mal reingehen in nur Mods. Containertransport, okay. Ähm. Ein Glas Cargos hätten wir. Da wird, da wird spannend zu sehen sein, wie das sich gegenüber den anderen Sachen dann verhältlich, die im Spiel schon drin sind, die auch sehr, sehr tief verkoppelt sind. Dann haben wir den, ähm, ein Hawe, ein Joskin. Ein Krampeng habe ich mal reingepackt, genau. Das war auch ein Kit. Wir hätten noch den Marseille-Fergo, den wir mal ausprobieren können. Wir können als Hexler, bevor wir den Klaas nehmen, den New Holland nehmen. Ne, damit wir uns wirklich so ein bisschen, ich mag das auch so, diese, diese Geschichten zu erzählen. Mods, wie gesagt, findet ihr auf modhoster.de, der, äh, Mod-Plattform meines geringsten Missvertrauens. Ich will jetzt ja nicht irgendwie auf TO oder RU oder irgendwelchen komischen CNC24 Mods, Punkt, irgendwas, die Mods holen. Lasst da mal besser die Finger von. So, ähm, genau, wir brauchen, wir brauchen vor allem mal Gewichte. Wir brauchen auch einen Düngerstreuer. Ah, Gewichte, ähm, ähm. Ah ja, gut, das können wir natürlich auch machen, ne. Wir können mit so einem kleinen Hexler erstmal arbeiten. Aber, ähm, ich glaub, da, da fallen mir die Fußnägel ab, wenn ich das mache. So, ähm, Standard allem. Warum finde ich den Geist gar nicht wichtig? Doof. Wahrscheinlich Sonstiges, ne? Sähen schneiden, Flügen. Benötigt Transport. Feldarbeit. Preis. Ja, Jaguar ist das Teuerste, ne? So, Selfmade Frontstange, Selfmade-Gewicht. Das hier ist ein Hammergewicht. Da kommt erstmal eins von. Hammer Ballenspieß. Dann die Ladewagen dafür. Wir werden auf jeden Fall, werden wir noch die Mäh-Technik brauchen. Da haben wir auch unterschiedliche Sachen drin. Das ist nochmal gucken, was wir da nehmen. Und wir brauchen den, äh, Betimax, äh, Transport. Also den, den, äh, Viehanhänger. Brauchen wir auch noch. Und den, den, äh, wenn wir dann das Vieh haben. Äh, wie war das mit Mist? Dann müssen wir dann Stroh reinbringen, oder was? Achsen. Krass, gibt's in langer, kurzer Ausführung einmal mit kurzer Achse, mit langer Achse. Sehr gut. Sind also diverse unterschiedliche Maschinen auch drin, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht. So, was macht denn eigentlich hier unser Kollege? Der ist da, siehste. Hab doch was gedacht. So. Dann holen wir jetzt mal Gras-Samen. Und dann würde ich sagen, wir holen da gar nicht mal so viele Gras-Samen. Denn zuletzt waren das ja wirklich zu viele. Ich hol jetzt den aus. So. Würde ich mal sagen, wir nehmen... 200. Feldgras. Feldgras. Geht auch ein bisschen schneller. So, und ich glaube, wir testen einfach nochmal das Helfer-System. Weil das ist ja eines der Signature-Features dieses Spieles, was es einfach viel besser macht, als alles, was auf dem Markt ist. Und zwar... Feldbearbeitung. Das soll aber ich mal der Jonas wieder machen, ne? Natürlich. Ich bin gespannt, eben jenes, welches ich hier fahre. Äh, bestehend aus dem MB-Truck. Ähm... Nein, das ist doch hier... Weg! Hallo? Warum will er nicht? Ich bin verwirrt. Äh, so, nochmal. Ermittag. Nein. Ähm. Das müssen wir, glaube ich, zusammenbauen, ne? Genau. So. So. Und die Frontseite können wir nicht das Gewicht nehmen, was wir gerade gekauft haben. Okay. So. Und dann das Ganze auffällt Nummer... 16. Von vorne beginnen. Field-Type aus Tank. Nein. Ach, da können wir auch noch gucken, was auf welcher Palette ist. Okay. Zur Not nachkaufen. Ne, braucht er auch nicht. Gespann behalten. Sollte eigentlich funktionieren. Kein Field-Type. Ähm. Feld-Einfahrt. Ich glaube... Wieso kann er denn nicht das nehmen, was drin ist? Müsst du doch eigentlich können, ne? Feld-Einfahrt so mir egal sein. So. Und dann müsst ihr eigentlich loslegen. Ich hoffe nur, der kauft jetzt nicht nach. Sieht aber nicht so aus. Okay. Ja, dann würde der jetzt ansehen auf das Feld. Und wir schauen mal, derweil, wenn wir hier rumfahren. Was ist mit den Dünge-Eigenschaften? Was ist mit den Dünge-Eigenschaften? Phosphat. Ähm. Ist irgendwie niedrig. Gibt es ja auch Maus-Over? Phosphat, nee. Gibt es nicht. Kalium-Stickstoff-Phosphat. Da müsste man jetzt wissen, wenn man das wüsste, was in so einem Dünger drin ist, ne? Gucken wir mal, ob wir das rauskriegen. Machen wir aber folgendes. Oh, ist der laut, der Deutz! Wir fahren mal eben den Düngerstreuer abholen. Ähm. Hier unten. So. Hundi! Der war aber echt laut. Ist auch schön, ne? Wenn man hier von dem Hof runterkommt und so einen dreckigen Matsch, dann ist die Straße noch so richtig so matschig. Und wenn man dann weiterfährt, dann kommt dann hier der Teer angelaufen. Sehr schön. Meine Güte. Ey, wie die Zeit vergeht, ist ja schon fast mehr rum, die Folge. Alter. Time's going by, when you're fun. Hatte ich schon erwähnt, dass ich glaube, der Deutz sei sehr laut. Bin mir nicht so sicher. Ich würde auch mal gerne hier den Ort so ein bisschen angucken, die Gebäude und so. Ja, und das ist, wie gesagt, eine Mod. Das ist ja auch, ähm, deswegen wollte ich von Anfang an Mods drin haben, dass man auch sieht, ne? Modbarkeit des Spiels ist ja ein wichtiger, ähm, ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiges Element des Spiels. Ganz wichtiges Element des Spiels. Bin wieder leise. Wir haben auch gar nicht noch beim Händler uns nicht umgeguckt, was es noch so alles gibt. Können wir auch mal machen. Das ist eine riesen Verkaufshalle hier. Da stehen nämlich die ganzen Trecker drin. Ha! Sooo. Der kann, glaube ich, kein Frontgewicht anhängen, ne? Genau. Autowerkstatt. Hä? So. Gehen wir mal eben kurz gucken hier. Wir lugen mal eben rein, ob wir hier was machen können. Ne, die hat noch geschlossen. Ah, die Geräuschkulisse ist irgendwie cool, ne? Dass man irgendwie so, ja, Umgebungsstimmung, ne? Ist ja ganz wichtig für so ein Spiel. Das merkt man bewusst eigentlich so gar nicht, aber die Musik passt doch super. Warte mal. So. Ja, super. Da stehen sie. Arion 530 und wollen von uns gekauft werden. Ich denke mal, da kann man am nächsten noch mal unterschiedliche Fahrzeuge reinstellen. Ich stelle immer das Gleiche. Wobei, es natürlich Polygonen spart, ne? So. Texturladen sparen. Lkw-Mod habe ich übrigens auch drin. Wollte ich nur mal kurz anmerken. So, was wollte ich jetzt gucken? Genau, wegen dem Saatgut, wegen dem, äh, wenn wir düngen, was dann passiert. Äh, insgesamt ist es ja hier folgendermaßen, ne? Wir kennen normalerweise aus so Spielen, du hast dann hier irgendwo ein, so ein, so ein, so eine Anzeige. Hier, hier zum Beispiel. Hier so ein Balken, nur gedüngt. Fertig. Ich meine das gar nicht vorwurfsvoll. Ähm, das sagt aber jetzt nicht zwangsläufig was darüber aus, ne? Was, was dann, was dann Phase ist, also was fehlt oder was dahin muss. Ähm, deswegen. So, Ballending, dann Hafensilage-Händler, Güllehändler. Da ist der Tierhändler, da können wir Tiere kaufen. Ich weiß nicht, ob das wir können den ja mal eben hier zum, zum, zum Saatgut-Dings fahren lassen. So. Und der Kollege hier, was ist mit dem los? Ah, der fährt schon, guck. Jetzt schon angefangen. Der macht jetzt hier genau, wie ich es sagte, ne? Das Vorgewende, ein U da rein, rechts und links zwei Bahnen, hier hinten ist er frei und dann fährt er durch. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Kettle & Crops. Ähm, wenn du es aber spielen willst, Link, gada.link slash CNC. Wird auch im Video ab und zu eingeladen, unterstützt für mein Angebot. Vielen Dank auch fürs Zuschauen auf Steam. Ähm, und danke an Toplets und an den Entwickler Masterbrainbytes. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Und, ja, viel Spaß in Kettle & Crops. Ich freue mich über euer Feedback. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne ein Abo da lassen. Tschüss. Ich freue mich. Tschüss. Tschüss.